So, ich habe euch in einem der letzten Videos vorgestellt, was so die grundlegenden Risiken sind, wenn es um Produktentwicklung geht. Und natürlich habe ich euch auf die Folger gespannt, es gibt auch noch Details zu den einzelnen Risiken, denn einfach nur so ein paar Namen zu droppen, da sagt ihr auch, hey Konstantin, da kann ich auch mir eine Folie angucken. Deswegen fangen wir mit dem ersten Mal an. Das Value Risk. Ist es für die Leute wertvoll, euer Produkt? Ich habe schon in Videos hier darüber gesprochen, wie erzeugt ihr Outcome, was ist ein sinnvolles Produkt, wann wollen Leute euer Produkt benutzen und das ist genau das Value Risk. Wir müssen herausfinden, welches Produkt wir erschaffen müssen, was die Leute wertvoll finden, was sie benutzen wollen, wofür sie bezahlen wollen. Klingt immer noch ein bisschen stoffig. Das erste Mal erlebt habe ich das, als ich in der Schule damals in der Mittelstufe Lateinunterricht hatte und zu faul war, immer diese Vokabeln mit dem Buch zu lernen. Also habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch Programmieren gelernt, warum nicht einen Vokabeltrainer dafür schreiben, indem ich die Vokabeln dann einfacher auch durcheinander und die, die ich noch nicht konnte, nochmal wiederholen und all das, was man im Buch aufwendig machen muss. So als das Ding fertig war, dachte ich, hey, das Problem, was ich da habe, haben bestimmt auch andere Leute, die wollen bestimmt auch einfache Vokabeln lernen und habe dann diese Software in unserer Schule zum Verkauf angeboten. Was ich herausfinden musste, ist, dass es zwei Gruppen von Kunden gibt, nämlich die Eltern, die fanden das Produkt eine super Idee und haben das für ihre Kinder gekauft. Die Kinder hatten da nicht so viel Bock drauf, die wollten das nicht unbedingt benutzen. Was möglicherweise auch daran lag, dass sie eigentlich am liebsten überhaupt keine Vokabeln gelernt hätten. Aber das ist so was, einer der wichtigsten Risiken in der Produktentwicklung. Erzeugen wir überhaupt etwas, was wertvoll für die Leute ist, was ein maßgebliches Problem von denen löst? Wir bei Coasty haben das Ganze am Anfang unserer Geschichte erfahren, haben wir ein eigenes Produkt gebaut und haben festgestellt, dass wir ein Problem bei unseren Kunden gefunden hatten im Security-Bereich, wo die Kunden auch sagten, das ist wirklich ein Problem für uns. Es ist cool, dass ihr eine Lösung dafür gebaut habt und die Lösung, die wollen wir auch benutzen, aber die kostet ja Geld. Nee, dann wollen wir die doch nicht benutzen. Heute würde ich sagen, nachdem ich Jobs to be Done gelesen habe, es war offensichtlich kein maßgebliches Problem, was wir da gelöst haben, weil die Leute keine Lust hatten, dafür Geld auszugeben. Und das ist, was ihr über das, indem ihr euch intensiv mit dem Value-Risk beschäftigt, versucht herauszufinden. In den nächsten Videos werde ich mich mit dem Usability-Risk beschäftigen, wenn ihr es geschafft habt, dass die Leute es benutzen und kaufen wollen, was die nächste Herausforderung ist.